. 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 Komischer Zufall. Nee, Verlängerungen sind immer ein bisschen... Guck dir das an, wie die Schwerter drinstehen. Hammer. Ich werde hier nicht als 5 Scatter machen oder da irgendwas hohes reinstellen. Aber ein Q außer vom Fall wird abgesehen, kommt nicht hier. Ich glaube, das ist der zweite oder der dritte Dreier. Ja, meckern kannst du es nicht. Okay. Mit dem 4 Scattern hat er echt geil reingestellt. Aber nichts ordentliches dazu. Okay. Das ist das. Daher ist. Ja, die sind vor allem. Puh. 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 Das sieht man jetzt schon. Ja. Danke. Schade. Schade. Immer bis 12. Immer bis 12. Wär zu schön gewesen. So, eine Runde Multivide, fangen wir gleich auf 50 an. Hast du es auf 10 oder 20? Ja, bietet aber Anmerksamkeit. Nein, der Sawyer ist Magic. Das ist reine Verarsche. Ich sage mal, du wirst sowohl mit 20 Euro mal mehr als 1 Euro zahlen. Links. Alter, jetzt zieht echt gnadenlos runter. 20 Euro und jetzt 2,50 Euro. Das ist richtig Arsch. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, bei dem Bild wird es auch geblieben sein. 4 Euro drücke ich in den Gern. 4 Euro drücke ich in den Gern. Und das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. So, das werden die Endzwiebel sein. Das werden die Endzwiebel sein.